Nachdem der Chirurg Julien ungerechtfertigt entlassen wurde, findet er einen neuen Weg in seinem Leben, in dem er Marie, eine obdachlose Mutter, und ihre Tochter Sophie in seiner Wohnung aufnimmt. Als er einige Tage später nach Hause zurückkehrt, entdeckt er, dass diese einfache Entscheidung eine Reihe unerwarteter Ereignisse auslöst. Er konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas passieren könnte. Die Nacht brach über der Stadt herein und hinterließ eine kalte, melancholische Dämmerung. Eine zerbrechliche Figur tauchte aus den dunklen Gassen auf, ein Kind in den Armen haltend. Die Mutter, Marie, lief barfuß mit verzweifelten Augen durch die kalten Straßen, ihre Tochter Amelie fest an ihre Brust gedrückt. Die Verzweiflung heilte in heiseren Schreien wieder, um Hilfe flehend. Zerfetzte und schmutzige Kleidung deutete auf ein hartes Leben auf der Straße hin, aber die Liebe einer Mutter zu ihrer Tochter überwand alles. Das Kind schluchzte vor Schmerz, seine unschuldigen Augen voller Verwirrung und Angst. Die offensichtlich verletzten Füßchen verrieten die Brutalität einer feigen Tat. Ein rücksichtsloser Fahrer hatte die kleine Amelie überfahren, die Verkehrsregeln missachtend, über die rote Ampel rastend. Marie erreichte die Türen des Krankenhauses, wo das gelbe Licht den Eingang erhellte. Ihr verzweifeltes Weinen heilte durch die leeren Gänge. Krankenschwestern, die den tragischen Anblick sahen, eilten herbei, um zu helfen. Marie erklärte zwischen Schluchzern die Brutalität des Vorfalls, während sie ihre Tochter immer noch im Arm hielt. Die Notaufnahme wurde zu einem Wirbelwind hektischer Aktivität. Die Nachricht vom Vorfall verbreitete sich im Krankenhaus und mobilisierte das Team, schnell zu handeln. Der Arzt, der an diesem Abend Dienst hatte, hieß Dr. Julien Dubois. Er war im Krankenhaus als charismatischer und mitfühlender Arzt bekannt. Als er die Ernsthaftigkeit der Situation sah, ordnete er eine Reihe von Untersuchungen an, um das Ausmaß der Schädigung von Amelies Fuß zu beurteilen. Als Xu Ying das verzweifelte kleine Kind bemerkte, das weinte, zögerte er nicht, sich ihr zu nähern und sie zu beruhigen, indem er sagte, Hallo Amelie, Onkel wird dir ein Medikament geben, damit dein Fuß nicht mehr wehtut, es wird schnell gehen, okay. Das kleine Mädchen nickte mit dem Kopf und bedankte sich. Nachdem die Ergebnisse der Bilduntersuchungen vorlagen, wurde deutlich, dass eine Reparaturoperation an einem der Füßchen von Amelie erforderlich sein würde, der gebrochen war. Xu Ying, sichtlich besorgt, wusste, wie sehr es schmerzte, und bat die Krankenschwestern, besonders liebevoll mit dem Kind umzugehen, das solches Leiden ertragen musste. Die Operation musste schnell durchgeführt werden, um die Schäden zu beheben. Während Amelie im Operationssaal war, war auch Marie, die Mutter des Mädchens, verzweifelt und konnte nicht glauben, was passierte. Marie und Amelie waren aufgrund häuslicher Gewalt, die Marie von ihrem Ex-Partner erlitt, auf der Straße. Mit ihrer Tochter an ihrer Seite war sie vor einigen Wochen in diese Stadt geflohen. Marie war entschlossen, ein besseres Leben für sich und ihre Tochter aufzubauen und hinterließ eine schwierige Vergangenheit. Nach der erfolgreichen Operation zeigte Amelie bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und bewältigte den gesamten Prozess bewundernswert. Das medizinische Team war zufrieden mit ihrer Genesung, und die Ergebnisse deuteten auf eine positive Reaktion auf den chirurgischen Eingriff hin. Dennoch besagte die Krankenhauspolitik, dass sie keine Notfallversorgung benötigte, und der Vorschlag war, Amelie freizulassen, damit sie ihre Genesung zu Hause fortsetzen konnte. Dr. Julien, der für den Fall verantwortlich war, teilte diese Herangehensweise nicht vollständig. Er hatte spezifische Bedenken sowohl hinsichtlich Amelies sofortiger Genesung als auch ihrer sozialen Situation. In dem Bewusstsein um die Bedeutung einer engen Betreuung bat er darum, dass Amelie weitere zwei Tage im Krankenhaus bleiben solle. Dr. Juliens Motivation ging über die Standardrichtlinien hinaus. Er wollte Amelies Entwicklung genau überwachen, um sicherzustellen, dass jegliche Anzeichen von Unbehagen oder möglicher Komplikationen sofort erkannt und behandelt wurden. Darüber hinaus machte er sich Sorgen um Amelies und ihrer Mutter Wohnsituation und fürchtete, dass eine Rückkehr auf die Straße die Genesung des Mädchens beeinträchtigen könnte. Dr. Juliens Haltung spiegelte ein Engagement über die festgelegten Normen hinaus wieder und stellte das Wohl und die Sicherheit der Patientin an erste Stelle, auch wenn dies bedeutete, sich von den Standardrichtlinien des Krankenhauses zu distanzieren. Diese mitfühlende Herangehensweise betonte die Sorge nicht nur um den klinischen Aspekt der Genesung, sondern auch um die Umgebung und die Bedingungen, unter denen die Patientin nach der Entlassung leben würde. Nach dem zweiten Tag von Amelies Krankenhausaufenthalt, in Begleitung ihrer Mutter Marie, traf Xu Ying die Entscheidung, weitere zwei Tage zu verlängern, damit beide dort bleiben konnten. Diese Maßnahme wurde jedoch von seinen Vorgesetzten als Verstoß gegen die festgelegten Regeln des Krankenhauses angesehen. Frühmorgens, als er von der Situation in den Gängen erfuhr, rief der medizinische Direktor Pierre-Julien sofort zu einem ernsten Gespräch. Beginnend den Dialog sagte Pierre mit einem ernsten Ton. Herr Dr. Xu Ying, verursachen Sie uns schon wieder Schaden? Es scheint, als würden Sie nicht lernen, oder? Ich habe gehört, dass Sie hier im Krankenhaus unnötigerweise ein obdachloses Kind und eine Frau festhalten. Er fuhr fort und behauptete, dass die Operation bereits erfolgreich durchgeführt worden sei und es daher keinen Sinn mache, das Krankenhaus mit zusätzlichen Kosten zu belasten. Besorgt um das Wohlergehen von Amélie versuchte Xu Ying zu erklären. Sie verstehen nicht, sie hat sich einer Operation unterzogen, sie kann nicht mit einem frisch operierten Fuß auf der Straße sein. Deshalb habe ich sie hier behalten, um sie sicher zu begleiten, bis sie sich vollständig erholt hat. Pires Antwort war kühl. Herr Dr. Xu Ying, wohin Sie gehen, nachdem Sie hier rausgehen, geht uns nichts an. Sie sollen sich selbst um ein Obdach kümmern oder Ihre Probleme selbst lösen. Weiterhin offenbarte Pierre seine Entscheidung. Ehrlich gesagt, Sie hingen bei mir schon an einem seidenen Faden, immer versuchen Sie, diesen Leuten zu helfen und bringen dadurch mehr Kosten für das Krankenhaus, indem Sie die Regeln missachten. Leider muss ich sie entlassen. Vielleicht lernen Sie so etwas aus Ihren Handlungen. Mit Tränen verschlaten Augen verließ Xu Ying das Treffen im Bewusstsein, dass er seine Stelle verloren hatte. Dennoch war er überzeugt, dass er richtig gehandelt hatte, indem er Amélie und Marie helfen wollte, und glaubte, dass er trotz der mangelnden Mitgefühl des Krankenhauses das Richtige tat. Julien war ein zutiefst mitfühlender Arzt, der immer die Situation seiner Patienten priorisierte und seit einiger Zeit mit den vom Krankenhaus übernommenen Richtlinien nicht einverstanden war. Sein Glaube an eine menschlichere Behandlung, die darauf abzielte, den Patienten maximalen Komfort zu bieten, stand im Kontrast zu der negativen Veränderung, die seit der Amtsübernahme von Direktor Pierre stattgefunden hatte. Unter Pires Führung begann eine schädliche Transformation im Krankenhaus, die von einem unerbittlichen Streben nach Kosteneinsparungen geleitet wurde. Manchmal führte dieser Ansatz zu fragwürdigen Entscheidungen, wie der Entlassung von Patienten, bevor es als notwendig erachtet werden könnte. Dr. Julien, der diese Tendenz beobachtete, wurde zu einem häufigen Kritiker dieser Politik, die schien, den finanziellen Aspekt über das Wohl der Patienten zu stellen. Leider wurde diese kritische Haltung ein Grund für den Direktor, die Situation auszunutzen und den Arzt zu entlassen. Der Konflikt zwischen Dr. Juliens humanistischer Sicht auf die Gesundheitsfürsorge und Direktor Pires kostensenkendem Ansatz führte zum Verlust eines Fachmanns, der Ethik und individuelle Betreuung über rein finanzielle Überlegungen stellte. Nach Juliens Entlassung würde Amelie wie erwartet am selben Tag entlassen werden. Ihre Mutter Marie war unglaublich besorgt. Von der Fragilität der Situation, in der sie lebten, erschüttert, fühlte sie sich von so vielen negativen Ereignissen erschöpft. Sie fand etwas Frieden in der Erkenntnis, dass der Arzt sein Bestes tat, um sich auf die mitfühlendste Weise um ihre Tochter zu kümmern. Juliens Entlassung erschütterte ihn jedoch nicht vollständig. Er war mit den Praktiken des Krankenhauses nicht einverstanden und beschloss, einen neuen Weg zu suchen, wo er Frieden finden konnte. Er war davon überzeugt, dass seine Handlungen im Krankenhaus das Wohlergehen des Patienten im Auge hatten und mit seiner moralischen Ethik als Gesundheitsfachkraft übereinstimmten. Außerdem beschäftigte den Arzt etwas anderes, wohin würden Marie und Amelie gehen. Julien war zutiefst berührt von ihrer Realität und wusste immer noch besorgt, dass sie nach seiner Entlassung entlassen wurden. Deshalb beschloss er, in seinem Auto vor dem Krankenhaus zu warten, bis sie den Ort verlassen hatten. Am Abend verließen Marie und Amelie wie erwartet die Krankenhaustüren. Die Mutter schien besorgt zu sein, unsicher, was als nächstes kommen würde. Julien, der aus der Ferne zuschaute, beschloss, etwas völlig Unkonventionelles zu tun. Er stieg aus dem Auto und rief, Marie, Amelie, bevor er sich ihnen nährte. Amelie lächelte und er beugte sich hinunter, um das kleine Mädchen zu begrüßen. Die Zuneigung, die er für das Mädchen empfand, war offensichtlich. In wenigen Tagen des Kontakts hatte sich eine starke Bindung zwischen ihnen entwickelt. Er war beeindruckt von ihrer Süße und Erziehung, Qualitäten, die sich auch inmitten von Widrigkeiten hervortaten. Die Verbindung zwischen dem Arzt und Amelie schien über die kurze Zeit hinauszugehen, die sie teilten, und hinterließ einen tiefen Eindruck in Juliens Herz. Etwas verlegen fragte er, wohin sie nach dem Verlassen des Krankenhauses gehen würden. Marie antwortete mit bekümmerter Stimme, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wohin wir gehen sollen. Ich habe darüber nachgedacht, was zu tun ist. Ich kenne die Stadt noch nicht, ich bin ein wenig verloren. In diesem Moment machte Julien einen überraschenden Vorschlag und fragte. Schau mal, ich wohne alleine in einer Wohnung hier in der Nähe des Krankenhauses. Möchtet ihr nicht ein paar Tage dort bleiben, bis Amelie sich erholt? Ich werde zu meinem Bruder nach Hause gehen, für mich wäre das kein Problem. Marie, völlig verlegen und unsicher, wie sie antworten sollte, begann. Nein, nein, Doktor, auf keinen Fall. Amelie und ich werden zurechtkommen. Doch plötzlich zog das Mädchen den Arm seiner Mutter und sagte, bitte, Mama, lasst uns doch gehen. Das Kind schien verzweifelt bei dem Gedanken, zurück auf die Straße zu müssen. Julien bestand noch einmal darauf, und schließlich, verlegen, akzeptierte Marie den Vorschlag. Als Julien Marie und Amelie zu seiner Wohnung brachte, bemühte er sich, dass sie sich nicht unwohl fühlten. Er zeigte ihnen jeden Winkel des Ortes und betonte das Gästezimmer, das für sie zur Verfügung stand. An diesem Tag hatte Julien bereits geplant, sie einzuladen, dort zu bleiben, und bereitete alles im Wohraus vor, Handtücher, Lebensmittel und alles, was sie für ein paar Tage brauchen würden. Die beiden waren gerührt, unfähig, an die Güte dieses großzügigen Mannes zu glauben. Tränen liefen über ihre Wangen, und Amelie drückte ihre Dankbarkeit aus, indem sie sagte, »Doktor, du scheinst ein Engel zu sein. Vielen Dank.« Für Julien, der es gewohnt war, Nächstenliebe zu praktizieren und Menschen zu helfen, berührte es ihn zutiefst, die beiden in einer so verwundbaren Situation zu sehen. Beim Abschied beruhigte er sie schnell und sagte, dass er in ein paar Tagen zurückkehren würde und sein Zuhause ihnen anvertraute. Marie drückte ihre Dankbarkeit aus und sagte, »Doktor Julien, vielen Dank. Wir werden gut auf ihre Sachen aufpassen.« Tage vergingen, und als er in seine Wohnung zurückkehrte, beschloss Julien, zu klingeln, um Marie und Amelie nicht zu überraschen, obwohl er den Schlüssel hatte. Als er die Tür öffnete, empfing Marie ihn mit einem Lächeln, und Amelie, auch wenn sie humpelte, kam, um ihn zu begrüßen. Beim Eintreten bemerkte er, dass sein Zuhause unglaublich sauber, alles ordentlich und duftend war. Die beiden hatten dem Raum eine besondere Not verliehen und große Sorgfalt mit seinen Sachen gezeigt. Marie und Amelie drückten Julien ihre tiefe Dankbarkeit dafür aus, dass er ihnen in einer so schwierigen Zeit geholfen hatte. Während der Tage, an denen er weg war, entdeckte Marie ein Zentrum für Unterstützung und soziale Hilfe, was sie dazu brachte, bereit zu sein, Arbeit zu suchen und ihr Leben wieder aufzubauen. Außerdem hatte sie eine Schule für Amelie gefunden. Es schien, als ob die Dinge sich innerhalb weniger Tage zu entwickeln begannen. Die Hilfe von Dr. Julien kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt und gab Marie die Kraft, den Herausforderungen, denen sie gegenüberstand, zu begegnen. Als Xu Ying bemerkte, dass er Gutes getan hatte, empfand er eine echte Zufriedenheit. Marie und Amelie waren dankbar und beschlossen, sich zu verabschieden, um keine Unannehmlichkeiten zu verursachen, obwohl der Arzt betonte, dass es ihm ein Vergnügen war, ihnen zu helfen. Nach dieser besonderen Verbindung gingen alle ihren eigenen Weg. Im Laufe der Zeit trafen sie sich einige Male, aber mit den Verpflichtungen und Wendungen des Lebens verloren sie den Kontakt. Marie fand eine ehrliche Arbeit und kämpfte, um ihr Leben und das von Amelie wieder aufzubauen. Mit der Zeit heiratete sie einen netten Mann, der Amelie wie seine eigene Tochter liebte. Julien, obwohl er sie vermisste, setzte auch seine Reise fort. Er eröffnete seine eigene Praxis und hatte viel Erfolg, indem er seinen Grundsätzen einer menschlichen und unterstützenden Medizin folgte. Obwohl ihre Wege sich getrennt haben, blieben die Erinnerungen an diese Zeit und die positive Auswirkung in ihren Herzen. Jahre vergingen und an einem weiteren Arbeitstag wurde Dr. Julien von seiner Sekretärin über einen unerwarteten Besuch informiert, einer guten Freundin von ihm. Neugierig erlaubte er ihr Eintritt. Ein hübsches Mädchen betrat das Zimmer und auf den ersten Blick konnte Julien sie nicht erkennen. Die Frau sagte dann etwas, was ihn überraschte. Hallo, Dr. Julien, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Amelie. Erinnern Sie sich an mich? Dr. Julien konnte es kaum glauben. Amelie, das Mädchen, dem er vor vielen Jahren geholfen hatte, erschien wieder in seinem Leben. Er antwortete gerührt. Amelie, wie du gewachsen bist. Es ist eine schöne Überraschung, dich hier zu haben. Das Mädchen begann dann, emotionale Worte zu teilen. Dr. Julien, ich wollte Ihnen eine besondere Nachricht mitteilen. Ich habe mein Studium abgeschlossen und bin Ärztin geworden. Seit dem Tag, an dem sie meiner Mutter und mir geholfen haben, hat sich mein Leben in eine andere Richtung entwickelt. Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, ein guter Mensch wie sie zu sein und den Weg zu gehen, eine respektierte Ärztin zu werden. Julien, fassungslos, nahm Amelies Worte auf. Eine einfache Hilfeleistung hatte einen bedeutenden Unterschied in ihrem Leben gemacht und sie dazu gebracht, eine Karriere im medizinischen Bereich zu verfolgen. Es war eine Überraschung, die Julien mit Freude und Stolz erfüllte. Respektvoll bat Julien Amelie um eine Umarmung und äußerte schöne Worte. Amelie, ich habe schon immer gewusst, dass du ein strahlendes Licht bist. Was ich an jenem Tag getan habe, kam von Herzen und hat mich nichts gekostet. Ich bin ungemein glücklich, dass ich positiven Einfluss auf dein Leben nehmen konnte. Die Umarmung symbolisierte die besondere Verbindung, die sie geteilt hatten, und den lang anhaltenden Einfluss, den diese Hilfe über die Jahre hatte. Die Geschichte von Marie, Amelie und Dr. Julien ist eine mächtige Reflexion über die transformative Kraft von Akten der Güte und Mitgefühls. Inmitten der Schatten häuslicher Gewalt und des Lebens auf der Straße löste eine Hilfeleistung des Arztes Julien eine Reihe von Ereignissen aus, die den Verlauf des Lebens dieser beiden Frauen veränderten. Marie, angespornt von der Hoffnung, die Julien brachte, suchte nach Möglichkeiten, sich zu erheben, fand Arbeit und einen Ausweg aus ihrer Situation. Amelie, ein verletzliches Kind, erlebte ein Beispiel für Güte und Empathie, das ihre Weltsicht prägte. Diese einfache Geste war wie ein Leuchtfeuer, das sie zu einer anderen Zukunft führte, weit weg von den Herausforderungen, die das Leben auf der Straße bieten könnte. Die Geschichte erinnert uns an die Bedeutung, anderen Menschen die Hand zu reichen, auch wenn Regeln oder Umstände unserer Handlungsfähigkeit einzuschränken scheinen. Sie zeigt, wie eine Geste der Güte, so klein sie auch sein mag, tiefgreifende Auswirkungen haben kann, die nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft derjenigen beeinflussen, die diese Geste des Mitgefühls erhalten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.